Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar ist es ein Anschlussvideo auf mein Video Hey, ich bin krank. Ich bin jetzt langsam wieder gesund, das heißt es werden bald wieder ein paar Videos kommen. Ich weiß noch nicht wann genau, aber ich denke im Laufe nächster Woche. Ich habe jetzt auch schon ein paar Videos aufgenommen und gerendert, das heißt es sind jetzt schon wieder ein paar Videos da, die ich hochladen könnte, aber ich will noch ein wenig warten, nichts zu überstürzen und vielleicht noch ein bisschen vorproduzieren oder so, ich weiß es noch nicht. Ja, auf jeden Fall kommen bald wieder Videos mit einer kleinen Änderung und zwar wird Bioshock erstmal pausiert. Ich weiß noch nicht für wie lange, erstmal will ich halt komplett gesund werden, das heißt ich muss meine Stimme noch ein wenig schonen und können daher deswegen nicht so wirklich streamen, weil ich halt bei einem Stream zwei Stunden oder so am Stück labern muss und ich weiß nicht, ob das auch ein paar Videos schon so war. Auf jeden Fall habe ich ein paar Streams halt manchmal echt Probleme mit meinem Hals und muss viel husten dadurch, dass ich halt meine Stimme nicht geschont habe und zwischendurch immer erkältet war oder so und deswegen will ich das jetzt erstmal ein bisschen auskurieren und noch nicht wieder streamen. Aber anstatt von Bioshock wird natürlich dann ein anderes Projekt kommen. Ich bin mir noch nicht sicher welches, erstmal vielleicht ein paar Folgen 60 Seconds. Habe ich mir auf jeden Fall so gedacht und vielleicht ein kleines, ja anderes Let's Play Projekt. Ich habe so an Zelda Minish Cap zum Beispiel gedacht, ich weiß es aber noch nicht genau. Vielleicht finde ich auch noch was anderes, auf was ich richtig Bock hätte. Und ja, Bioshock, äh, Bulletstorm wird wie gewohnt weitergeführt und nur halt Bioshock ein bisschen pausiert. Wie gesagt, es wird alles ab nächster Woche so circa stattfinden, sag ich mal. Und dann werden auch wieder täglich zwei Videos kommen. Vielleicht, wenn ich es schaffe und Lust habe, ähm, auch mal ein drittes Video am Tag. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Bioshock, äh, Zelda oder so reinklatsche, aber gerade mal Bock habe, eine Folge 60 Seconds oder so hochzuladen, dann vielleicht kommt mal ein drittes Video. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich habe auch noch ein paar Pläne wieder für Real-Life-Videos. Ähm, ob ich mich dazu motivieren kann, kein Plan. Weiß ich noch nicht. Wenn was kommt, dann kommt was. Wenn nicht, dann nicht. Ich verspreche nichts. Aber ja, ich hoffe, ihr seid gespannt und, äh, freut euch auf meine Wiederkehr, sag ich mal, vom Kranksein. Es war echt eine hässliche Zeit. Ich habe auch keinen Bock mehr krank zu sein. Ich bin froh, dass ich endlich wieder relativ gesund bin und auch wieder los kann zur Schule und zur Arbeit. Ähm, ja. Gut. Das war's erstmal, die kleine Info. Wir sehen uns dann bei das nächste Projekt wieder oder das nächste Let's Play Video oder was auch immer. Auf jeden Fall bei das nächste Video. Haut rein!